Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Joomla 3.7 Tutorial Reihe. Heute schauen wir uns an wie wir unsere Webseite mit Content füllen können. Content bedeutet Beiträge, ergo wie können wir Beiträge erstellen und am Rand streifen wir noch ganz leichtes Thema Konfiguration des Editors. Ich bin natürlich im Backend schon angemeldet im Kontrollzentrum. Wo können wir überhaupt Beiträge erstellen? Da gibt es einen Menüpunkt mit dem Namen Inhalt. Da finden wir darunter Beiträge. Wenn wir mit der Maus darüber gehen, können wir da rechts dann eben gleich auf neuer Beitrag klicken, können wir gleich loslegen oder wir klicken auf Beiträge und lassen uns alle Beiträge, die es momentan auf dem System gibt, anzeigen. Darunter finden wir Kategorien. Wir können auch Kategorien anlegen und Unterkategorien und diesen Kategorien können wir dann Beiträge zuweisen. Das ist ganz nett, wenn man zum Beispiel einen Kategorieblock auf seiner Seite anlegt. Das heißt, man hat einen Menüpunkt und dem Menüpunkt weist man dann nicht an speziellen Beitrag zu oder die Gruppe Haupteinträge, sondern man sagt, sämtliche Beiträge aus dieser Kategorie bitte anzeigen. Dann ist das ganz sinnvoll. Darunter haben wir jetzt da wieder zwei Felder, also zwei Schaltflächen, Felder und Feldgruppen. Das ist jetzt neu in Joomla 3.7. Dazu kommt dann ein extra Video raus, aber erst ein bisschen später in der Videoreihe. Und nochmal darunter haben wir die Haupteinträge. Da werden halt dann nur die Einträge angezeigt, die als Haupteintrag markiert wurden. Gut, schauen wir uns mal an, was wir überhaupt momentan auf dem System haben. Ihr seht, das ist eine neue Installation. Ich musste leider für das Video auf eine lokale Installation ausweichen, weil ich momentan keine Verbindung zu Hostinger bekomme. Das ist aber nicht, da ist nicht Hostinger dran schuld, sondern ganz einfach dem Umstand geschuldet, dass ich einen kostenlosen Account habe. Und die haben natürlich eine wesentlich schlechtere Serveranbindung als die Leute, die dafür bezahlen. Und deswegen gibt es heute hier das von einer lokalen Installation. Aber keine Sorge, das funktioniert lokal genauso wie im Web. Wir haben jetzt hier mal zwei Beiträge. Einfach schon allein deswegen, weil diese Installation habe ich gleich die Mehrsprachigkeit mit installiert oder aktiviert, weil installieren braucht man da nicht wirklich was. Und ich mache mal einen der beiden Artikel auf. Und so schaut es aus, wenn wir einen Beitrag erstellen. Hier herunten, das funktioniert wie in Word, das glaube ich kennt ja jeder. Können wir unseren Text und unsere Bilder hinterlegen, wenn wir wollen. Darüber haben wir einen Titel, ein paar Reiter haben wir und recht eine große, umfangreiche Bearbeitungsleiste. Das sage ich jetzt einmal dazu. Keine Ahnung, wie man das korrekt nennt, wo man halt zum Beispiel Text fettdrucken kann oder halt unterstreichen kann. Man kann das auch durchstreichen. Das ist alles gar kein Problem. Das funktioniert alles so wie in einem Textverarbeitungsprogramm, was ihr auch so zu Hause benutzt. Jetzt ist es allerdings so, das ist relativ viel, was mir hier angeboten wird. Und ich habe mir da durchgeguckt, das meiste werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und aus diesem Grund, weil ich der Meinung bin, wenn man das etwas schlanker gestaltet, dann hat jeder die Möglichkeit, seine Sachen, die er tatsächlich braucht, rasch und zügig zu finden. Deswegen schließen wir das Ganze mal. Bevor wir nämlich anfangen, einen Beitrag zu erstellen, konfigurieren wir mal unseren Editor. Dafür gehen wir auf Erweiterungen und Plugins. Dann tippen wir hier in der Suchmaske ein Editor oder halt auch TinyMCE, weil wir verwenden ja momentan den Joomla-eigenen TinyMCE-Editor. Das ist dieser hier. Einmal drauf klicken. Und da sind wir schon in der Konfiguration drinnen. So, ich schaue, dass ich das jetzt da anständig ins Bild bekomme. Ich muss das mit der Bildlaufleiste machen. Hier oben haben wir den Namen TinyMCE. Darunter finden wir die Menüs und Schaltflächen, die halt maximal möglich sind, dass man die verwendet. Darunter finden wir halt drei Voreinstellungen. Und wieder darunter halt dann das Set, was für die jeweilige Voreinstellung zurechtgeschnitzt wurde. Zum Beispiel für die Voreinstellung 2, was momentan aktiv ist, da kann man nicht recht viel machen. Da kann man höchstens Fett schreiben, unterstrichen, durchstreichen, vorwärts, rückwärts, Aufzählung oder eine nummerierte Aufzählung. Natürlich kann man auch Sachen als Text einfügen. Die Voreinstellung 1, die kann schon ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen breiter gestaffelt. Man kann dann sogar schon das Format wählen oder Tabellen einfügen. Linksbündig, rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz. Das haben wir dann hier. Also da kann man schon ein bisschen besser damit arbeiten. Und die Voreinstellung 0, da ist halt alles. Und jetzt ist die Frage, welche Voreinstellung ist denn für uns zuständig? Also wir sind auf unserem System und sprich auch ihr auf eurem. Wir sind super User. Und wenn ihr hier herunten guckt, Voreinstellung zuweisen, dann steht hier Public. Diese Voreinstellung, Voreinstellung 2 mit dieser Auswahl ist für die Publix. Voreinstellung 1 mit dieser Auswahl ist für Manager und registrierte Benutzer. Und die Voreinstellung 0, die komplette, ist für Administratoren, Editoren und Super User. Und Super User sind wir, also ist das die Voreinstellung, die wir bearbeiten müssen, wenn wir daran etwas verändern wollen. So, und jetzt gibt es einen Punkt, der ein bisschen wahrscheinlich unglücklich übersetzt wurde. Nämlich hier herüben haben wir farbig markiert, einfache Voreinstellung, mittlere Voreinstellung, erweiterte Voreinstellung. Leider wurde da das Wort Voreinstellung verwendet. Das könnte den einen oder anderen ein bisschen farbieren, weil das hat nichts mit diesen hier zu tun, mit diesen drei Setups, sondern da geht es einfach um die Optik von der Menüleiste. Ich zeige einmal die einfache Voreinstellung. Da seht ihr, da sind halt ein paar Sachen ausgewählt. Mittlere Voreinstellung und die erweiterte Voreinstellung, da ist dann alles drinnen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja jetzt für uns Super User das anpassen. Dann haben wir die Möglichkeit, das sogar zu leeren, auf Null zu setzen. Und dann sagen wir, ganz am Anfang möchte ich zum Beispiel haben, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen. Das kann man per Track and Drop mit der Maus einfach runterziehen. Dann hätte ich gerne die Schriftart und die Schriftgröße gefolgt von die linksbündig, zentriert, rechtsbündig und Blocksatz. Was ebenfalls manchmal ganz wichtig ist, ist der Einzug, den man vergrößern bzw. verkleinern kann. Dann hätte ich gerne einen Link einfügen bzw. den dann halt auch wieder löschen, wenn einem nicht mehr gefällt. Nummerierte Liste, ja, ist nicht schlecht und die Aufzählung ist auch nicht so schlecht. Tiefgestellt brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht. Hochgestellt brauche ich fast überhaupt nicht. Ein Zitat einfügen kann auch ganz nett sein. Ausschneiden, das habe ich auf der Tastatur. Mit STRG X kann ich Sachen ausschneiden, mit STRG A alles markieren. Mit STRG C kann ich Sachen kopieren. Und mit STRG V fügt man die dann wieder ein. Ausschneiden, kopieren, einfügen, das brauche ich da oben nicht. Als Text einfügen, Formatierung entfernen. Das kann eventuell ganz interessant sein. Na, geh weg. Da gibt es einen Bug. Gut. Textfarbe. Ne, das lassen wir weg. Hintergrundfarbe ist auch nicht so wichtig. Textmarke, horizontale Linie kann eventuell gebraucht werden. Von links nach rechts, von rechts nach links. Quelltext kann in meinem Fall gebraucht werden. Das werden wahrscheinlich die wenigsten benutzen. Code-Schnipsel einfügen, das ist ebenfalls ganz nett. Tabelle kann man einfügen und so weiter. So stürzt sich halt jeder dann das zusammen, was er halt tatsächlich braucht. Und was er nicht braucht, das lasst er ganz einfach unberührt. So, ich schließe das jetzt da. Ich speichere das Ganze nicht ab, weil ich nehme ganz einfach das komplette Set. Nein. Ich habe ja noch etwas vergessen, Leute. Es ist ja etwas Neues in Joomla 3.7.editor. Nämlich, wenn wir hier runter schauen, haben wir noch einen Punkt, der wert ist, erwähnt zu werden. Nämlich Drag & Drop für Bilder. Ihr könnt jetzt, ich glaube, das ist schon seit der letzten Version, seit der Version 3.6.5, wenn ich mich nicht irre, aber nagelt mich darauf nicht fest, ihr könnt Bilder vom Rechner mit gedrückter Maustaste in den Beitrag reinziehen und Joomla lädt die automatisch für euch auf den Webspace und fügt die dann auch gleich in den Beitrag ein. Wenn wir das natürlich aktivieren, müssen wir natürlich auch Joomla sagen, in welchem Verzeichnis er die Bilder speichern soll. Und da müssen wir das Ganze einfach hier dann auswählen, das Verzeichnis. Manche werden das sicher recht gerne benutzen. Ich bin kein Fan davon. Ich habe das lieber alles unter Kontrolle und lande das entweder über den Editor selbst hoch, jetzt sage ich das gleich, wie das funktioniert, oder halt über einen FTP-Client, weil dann kann ich Ordner anlegen, dann kann ich das sortieren. Weil ihr dürft es nicht vergessen, heute seid ihr vielleicht bei Tag 5. Klar, zwei Beiträge auf meinem System, vielleicht insgesamt, schlag mich tot, 15 Bilder. Da behält man locker die Überhand. Aber nehmen wir an, es vergeht ein Jahr. Ihr habt ausnahm mal 200 Beiträge geschrieben. Ihr wart recht fleißig. Und in jedem Beitrag habt ihr zwei Bilder. Es sind schon einmal 400 Bilder nur von den Beiträgen. Und wenn ihr dann euer System bereinigen wollt, dann ist das ein echter Aufwand. Weil dann müsst ihr euch wirklich jedes Bild angucken, ob ihr dieses Bild noch benötigt oder nicht. Und wenn man das schön in Ordner ablegt, dann findet man halt seine Sachen wesentlich schneller, wesentlich zügiger. Aber dann muss halt jeder sich selbst seine Gedanken darüber machen, wie er das organisieren möchte. Das kann ich euch leider nicht abnehmen. Ja. Und den Rest, den lassen wir jetzt einmal so. Eines zeige ich noch. Nur, dass ihr es einmal gesehen habt, verbotene Elemente, Script, Applet, Iframe. Für diejenigen, die Videos gerne in die Homepage einbinden wollen, mit dem YouTube Embedded Code. Das ist ein Iframe. Und dann muss Iframe hier rausgelöscht werden. Aber es gibt zum Editor wahrscheinlich eh noch ein eigenes Video. Eines nach dem anderen. So, ich schließe das Ganze. Und jetzt gehen wir wirklich zurück zum Inhalt, Beiträge. Und hier können wir jetzt noch die Schaltfläche neu klicken. Und so schaut das halt aus, wenn wir einen neuen Beitrag erstellen wollen. Als allererstes müssen wir einen Titel vergeben. Erster Testbeitrag. Aus dem Titel generiert sich der Alias. Und ich sage es auch, wenn der eine oder andere diesen Titel auf der Homepage nicht anzeigen lässt, verwendet es aussagekräftige Titel, vielleicht sogar mit einem Keyword. Weil das kommt in den Alias rein. Und da stolpern auch Suchmaschinen drüber. Dann brauchen wir natürlich einen Text. Und das haben wir jetzt leider nicht vorbereitet. Das ist natürlich doof. Da geben wir ein Lorem Ipsum. Da nehmen wir einen Generator mit 400 Wörtern. Go, Copy. So, und schon haben wir unseren Text. Das, die Reiter hier lassen wir jetzt einmal kurz links liegen. Dann konzentrieren wir uns hier auf der rechten Seite. Da fragt er, welchen Status sollte dieser Beitrag haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben veröffentlicht. Dann wird er auf der Webseite angezeigt. Dann gibt es einen versteckt. Also unveröffentlicht auf gut Deutsch. Archiviert. Und Papierkorb. Diese vier Möglichkeiten haben wir. Wir wollen natürlich, dass der veröffentlicht ist. Dann können wir den einer vorher erstellten Kategorie zuweisen. Bei mir gibt es momentan jetzt drei Kategorien. Bei euch vielleicht nur eine. Nämlich die unkategorisierte. Die erste bei mir. Die anderen zwei ergeben sich ganz einfach daraus, dass ich die Mehrsprachigkeit bei dieser Installation aktiviert habe. Also man kann ganz einfach dann halt diesen Beitrag einer Kategorie zuweisen. Das lasse ich jetzt einmal weg, weil es macht bei mir keinen Sinn. Dann werden wir gefragt, Haupteintrag. Ist das ein Haupteintrag? Ja oder nein? Wenn wir auf unsere Frontend gucken, dann sehen wir, dass wir hier einen Menüeintrag haben. Den einzigen, den wir momentan haben. Der heißt Home. Und dieser Home-Eintrag ist so konfiguriert momentan, dass er Haupteinträge anzeigt. Man kann ja einen Menüeintrag, ein Menü-Item auch so konfigurieren, dass man sagt, wenn man da draufklickt, dann zeige ich mir exakt diesen einen Beitrag an. Hier ist es halt so, dass er sagt, auf der Startseite möchte ich die ganzen Haupteinträge angezeigt bekommen. Das heißt, wenn ich das jetzt da mit Haupteintrag ja abspeichere, dann bekomme ich den hier oben zu sehen und dieser Beitrag rutscht nach unten und dann wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es konfiguriert ist, in ein Spalten-Layout. Der erste Beitrag geht über die komplette Breite und alle weiteren Beiträge bekommen dann, glaube ich, zwei Spalten. Aber das werden wir dann gleich sehen, wenn wir abspeichern. Der nächste Punkt ist die Zugriffsebene. Die Zugriffsebene bestimmt, wer meinen Beitrag überhaupt zu Gesicht bekommt. Momentan ist es so eingestellt, dass wirklich jeder meinen Beitrag lesen kann, weil er steht auf Public. Public ist einmal die unterste Ebene. Man kann den dann stehen, zum Beispiel auf Gäste oder Registrierte. Wenn es dabei auf Registriert steht, dann können nur Leute, die sich auf meiner Homepage registriert haben, diesen Beitrag lesen, weil nur die bekommen den dann auch tatsächlich angezeigt. Und ich kann natürlich auch sagen, Special oder Super-User können nur den Beitrag lesen. Wenn zum Beispiel zwei Leute eine Homepage warten und der eine hinterlässt dem anderen eine Nachricht, wäre es, ob es sinnvoll ist, lassen wir einmal dahingestellt, wäre es möglich, einen Beitrag dem zu hinterlassen und sagen, der ist nur für Super-User sichtbar und auch nur, wenn sich der halt natürlich angemeldet hat. Und wenn der dann das nächste Mal im Frontend ist, dann bekommt er diesen Beitrag sofort angezeigt. Also hier bestimmt ihr, wer alles euren Beitrag zu Gesicht bekommt. Ich lasse das jetzt auf Public. Dann kann ich natürlich auch sagen, Sprache. Das ist jetzt nur für die Leute relevant, die eine mehrsprachige Webseite aufgesetzt haben. Dann sagt man halt, dieser Beitrag ist die e-deutsch oder german.de. Dann war es die Seite, wenn man zum Beispiel hier oben draufklickt, hier für Deutsch, hier für zum Beispiel Englisch, was er anzeigen muss oder nicht. Ich empfehle es aber auch, allen anderen, die keine Mehrsprachigkeit haben, die Sprache zu definieren, ganz einfach aus dem Grund. Google stolpert auch darüber und freut sich, dass es heute die Information gibt, ob der Text Deutsch oder Englisch ist. Dann kann man Schlagwörter hinterlegen und Versionshinweise. Ich glaube, das ist selbsterklärend, aber da gibt es bessere Methoden, als das hier zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir speichern das ganze Ding einmal und schauen, wie das jetzt da im Frontend ausschaut. Steuerung F5 für Neuladen und da haben wir jetzt unseren Beitrag. Das ist ein erster Testbeitrag mit Überschrift und sogar dieser hässlichen Sprechblase. Das habe ich euch ja schon gezeigt, wie man das weg macht. Hier herunten haben wir jetzt den anderen Beitrag, den wir zuerst gesehen haben. in einem Spalten-Layout. Ne, sind drei Spalten sind es. Und hier haben wir den Beitrag, den wir jetzt erstellt haben. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, hey, ich möchte ja nicht nur Text veröffentlichen, sondern ich hätte auch gerne hier oben ein Bild. Aus was für einem Grund auch immer. Das passt zum Beitrag, das muss da rein. Dann klickt man hier auf Bild und kann schon ein Bild, welches hochgeladen ist, hier auswählen. Zweite Möglichkeit ist, von einer anderen Webseite verlinken, aber Achtung Leute, es gibt ein Urheberrecht und ein Copyright. Ihr könnt nicht jedes Bild aus irgendeiner Webseite auf eure quasi rüberholen. Und der dritte Weg und meiner Meinung nach auch der beste, weil dann habe ich nämlich auch Zugriff auf die Metadaten von dem Bild und kann das halt so anpassen, dass sich die Suchmaschine freut, meine Bilder crawlen zu dürfen. Die dritte Möglichkeit ist, Datei hochladen vom eigenen Rechner. Dann klickt man auf Durchsuchen, sucht sie dann natürlich das Bild raus, was man hochladen möchte. Hochladen, starten, dann taucht es hier oben auf, dann muss man das noch markieren, ich mache das jetzt mit diesem Bild hier und nur Einfügen klicken und schon ist das da. Und wenn ich das jetzt speichere, dann sehe ich auch im Frontend, dass dieses Bild tatsächlich angekommen ist. So, wie gesagt, Fett schreiben, darüber braucht man glaube ich nicht reden, Kursiv ist auch klein. Also ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns schon mal ein Textverarbeitungsprogramm verwendet hat, wie zum Beispiel Word oder wie heißt das, kostenlose Open Office Paket da. Das funktioniert genauso wie hier. Aber wir gucken uns noch an die Besonderheiten, was wir halt hier jetzt bei Joomla haben, nämlich wir haben die Möglichkeit, dass man sagt, mir gefällt es nicht, dass so viel Text hier steht, ich möchte nur einen Einleitungstext haben, zum Beispiel hier, bis hierhin möchte ich den Einleitungstext haben und dann möchte ich einen Weiterlesen-Button haben. Zum Weiterlesen-Button gibt es dann ebenfalls noch ein separates Video, keine Sorge, aber nur, dass ihr es halt schon mal gesehen habt. Man geht dann dorthin, wo man den Weiterlesen-Button haben möchte, nämlich hier habe ich jetzt so die Einfügemarke und da haben wir eine Schaltfläche, die nennt sich Weiterlesen. Wenn ich da draufklicke, erscheint eine rot gestrichelte Linie, ganz dünn, die mir halt eben anzeigt, bis hierhin ist die Einleitung und ab hier fängt der komplette Text an. Ich speichere das Ganze mal ab, damit ihr seht, wie das ausschaut. Zack, und schon ist das viel übersichtlicher. Der Kunde oder Besucher hat die Möglichkeit, ein bisschen was vom Text zu lesen und wenn es einem dadurch dann halt interessant vorkommt, klickt er da drauf und kommt zu diesem Beitrag. Und da hat er nachher den Einleitungstext, den er schon gelesen hat und den restlichen Artikel dazu. Das kann man noch weiter konfigurieren, aber wie gesagt, das zeige ich euch dann in einem extra Video, weil sonst wird dieses Video jetzt nämlich hier ein 40-Minuten-Video, was ich ja immer und immer wieder versuche zu vermeiden, dass meine Videos so lange werden. Natürlich können wir auch Links einfügen. Zum Beispiel können wir, ja, ist egal, nehmen wir den Link, sagen, dass hier soll ein Link eingefügt werden, dann markiert man sich einfach die Textpassage, die halt den Link wiedergeben soll, klickt hier auf Link einfügen, dann muss man natürlich die URL hinterlegen, den anzuzeigenden Text halt in dem Fall jetzt nicht verändern, weil das ist nämlich der, den ich markiert habe. Dann sollte man noch einen Titel vergeben, machen wir Testtitel. Und was hier noch wichtig ist, das Ziel. Sollte der Link von eurer Seite wegzeigen, nämlich wie in meinem Fall jetzt da auf YouTube, dann stellt ihr hier herunten ein neues Fenster. Da sehe ich immer wieder den Fehler, dass die Leute andere Besucher von der Seite wegleiten. Wenn ich sage, neues Fenster, geht ein neuer Tab auf, aber im Hintergrund bleibt eure Seite offen. Das heißt, der User hat die Möglichkeit, wieder zu eurer Seite zurückzukommen, und zwar ganz einfach, indem, dass er den neuen Tab dann wieder schließt. Sagen wir OK, sagen wir mal Speichern, gucken uns das im Frontend an, und da haben wir es. Da haben wir den Link. Okay, das schaut jetzt nicht hübsch aus, aber wenn man draufklickt, kommt man auf meine Seite. Und ihr habt es gesehen, es geht ein extra Tab auf, und diese Seite hier bleibt geöffnet. Ganz wichtig. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, oder irgendwo Probleme auftauchen, dann schreibt es mir das unten in das Video bitte rein. Ich werde dann so schnell wie möglich darauf antworten, und wir werden eine Lösung finden für die Probleme, die eventuell auftauchen können. So, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise weitergeholfen. Und wenn dem so sei, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja, wie es funktioniert, nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen für Erfolg beim Erstellen eurer Homepage. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.